Der Diascanner Traveler TV6500, der ideale Scanner zum Digitalisieren Ihrer Dias und Negative. Archivieren Sie ganz schnell und einfach Ihre schönsten Erinnerungen und entdecken Sie langvergessene Fotos und Dias wieder. Durch seine einfache Funktionsweise ist der Diascanner Traveler TV6500 besonders bedienerfreundlich und einfach in der Handhabung. So digitalisieren Sie in Sekundenschnelle Ihre Dias und Fotonegative. Mit 5 Megapixel und einer hohen Auflösung von 1800 dpi erhalten Sie eine sehr hohe Qualität. Sie können Ihre Dias und Negative an Ihrem Computer nachbearbeiten, archivieren, Foto-CDs erstellen oder per E-Mail versenden. Verleihen Sie Ihren alten Aufnahmen einen neuen Glanz und lassen Sie Freunde und Verwandte an den Erinnerungen vergangener Zeiten teilhaben. Die schnelle USB 2.0-Schnittstelle macht ein Netzteil unnötig. Ihr Scanner wird ganz einfach über die USB-Verbindung mit Strom versorgt. Das im Lieferumfang enthaltene umfangreiche Zubehör rundet das Komplettset des Traveler TV6500 perfekt ab. Die Bildbearbeitungssoftware sowie zwei Halterungen für Dias und zwei Halterungen für Fotonegative und eine Reinigungsbürste machen die Bedienung kinderleicht. Der Dia-Scanner Traveler TV6500 – der ideale Scanner zum Digitalisieren Ihrer Dias und Negative mit hoher Scan-Qualität und einfacher Handhabung.